Wir konnten sehen, wie Elon Musk, dessen Unternehmen Gelder von der Regierung bekommt, Bitcoin als klimaschädlich bezeichnet hat und Dogecoin als die ultimative Kryptowährung beworben hatte, die man jetzt kaufen sollte. Der Papst ist gegen Bitcoin, China hat im Grunde genommen Bitcoin und Kryptowährungen verboten, die Angstmacherei funktioniert. Und wenn du dir anschaust, was in den letzten Tagen bei Kryptowährungen und Bitcoin geschehen ist, dann siehst du, dass all die Menschen, die Bitcoin verkauft haben, die waren, die in den letzten 30 Tagen bei Bitcoin und Kryptowährungen eingestiegen sind. Das sind keine langfristigen Investoren, das sind keine Hodler, das waren neue Leute, die ihr Geld in Kryptowährungen investiert hatten und die dann aufgrund des FUD, der Angst, der Unsicherheit und des Zweifels verkauft haben. Und rate mal, wer kauft? Das sind Menschen, die über 1000 oder mehr Bitcoin verfügen. In diesem Video sprechen wir über die Entwicklung des Kryptomarktes, welche Sache gerade im Hintergrund geschieht, die kaum einer beachtet, warum Bitcoin durch diesen Crash nicht auf Null fallen wird und warum es egal ist, ob du mit deinen Investitionen im Minus bist. Und bevor wir starten, freue ich mich, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst und den Kanal, falls du es noch nicht getan hast, abonnierst. Das Video ist auch keine Finanzberatung. Und falls du über Bitcoin verfügst und vielleicht im Minus bist, verkauf nicht, bleib stark. Denn das ist alles eine riesige Marktmanipulation. Denn wenn die Kurse so schnell fallen, dann können sie genauso gut sehr schnell wieder steigen. Ich glaube, egal wie der Kryptomarkt gerade aussieht, werden wir in den nächsten Jahren, so wie in diesem Video beschrieben, eine riesige Transformation und Adoption bei den Kryptowährungen erleben. In den letzten Tagen durch den Crash bei Bitcoin haben sich die Kommentare unterhalb der Videos gehäuft, dass Bitcoin auf Null fallen wird. Das wird es nicht. Und dazu schauen wir uns die Entwicklung verschiedener Vermögenswerte von 2011 bis 2020 an. Der Vermögenswert, der über die Zeit am besten gelaufen ist, ist Bitcoin. Auch wenn es, wie wir hier sehen konnten, Jahre gab, wo es nicht so gut lief. Und um die Entwicklung des Kurses von Bitcoin zu verstehen, schauen wir uns die Bitcoin-Zyklen an. 2012 kam es zum Halving, dann zum Allzeithoch, dann kam der Dip, dann zum Reset und dann hat sich das Ganze wiederholt. Genauso 2016 das Halving, dann 2017 das Allzeithoch, 2018 der große Dip und dann kam der Reset und dann hat es sich wiederholt. Und das kannst du auch hier in dieser Übersicht sehen. Geschichtlich betrachtet würde es somit zu einem großen Dip in 2022 kommen und 2021 wird daher noch ein enorm gutes Jahr werden. Plan B, die das Stock-to-Flow-Modell entwickelt haben, gehen immer noch davon aus, dass der Bitcoin-Preis auf 100.000 Dollar steigen wird. Die Bank JP Morgan geht sogar von 130.000 Dollar pro Bitcoin aus. Und selbst wenn es nicht dazu kommen sollte, dann warte einfach bis zum nächsten Bullenmarkt, bis zum nächsten Halving. Ja, das ist nicht toll zu warten, wir alle wollen über Nacht reich werden. Doch wir wissen auch von Mark Twain, dass sich die Geschichte nicht wiederholt, sie sich aber reimt. Und dazu schauen wir uns an, was aus 1.000 Dollar als Investition in verschiedene Vermögenswerte geworden ist. Und hier ist Bitcoin. Oder hier die Performance der einzelnen Vermögenswerte 2020 im Überblick. Letztlich sagt es uns einfach nur, Geduld zahlt sich aus. Wichtig ist, dass du dich bei deinen Investitionen nicht von Menschen beeinflussen lässt, die sagen, dass Kryptowährungen verschwinden werden, dass Bitcoin auf Null fallen wird und so weiter. Das sind genau die Leute, die 2.000 gesagt haben oder hätten, dass das Internet nicht bleiben wird. Denn durch ihre eindimensionale Betrachtungsweise erkennen sie nicht, wie groß das Potenzial von Blockchain und von Kryptowährungen ist. Und wenn du wissen möchtest, wie sich das Ganze entwickeln könnte, dann schau dir das Video dazu an. Es geht auch nicht nur um die Entwicklung von digitalen Vermögenswerten. Denn wir sehen gerade, wie immer mehr und mehr Geld gedruckt wird und die Kaufkraft der Währung immer weiter abnimmt. Und was wir gerade erleben ist, China bewegt sich auf der einen Seite weg von Kryptowährungen, indem sie ihren Finanzinstituten, den Handel mit Kryptowährungen oder Bitcoin untersagen. Und auf der anderen Seite können wir sehen, wie andere Länder vermehrt sich in Richtung digitaler Währungen und Kryptowährungen bewegen. Wie die USA, die den Fetcoin einführen wollen oder der Britcoin in England und so weiter. Eines ist Fakt, den Staaten geht es um Macht und Kontrolle. Und in dem Spiel werden diejenigen gewinnen, die die Blockchain nutzen und die digitale Kontrolle perfektionieren. Spannend ist, dass du vor 10 Jahren für 10.000 Bitcoin zwei Pizzen kaufen konntest. Und heute kannst du dir für einen Bitcoin ein Geschäft kaufen. Letztlich dreht sich alles um die Kaufkraft. Und was du mit diesen Vermögenswerten und digitalen Vermögenswerten in der Zukunft kaufen kannst. Zumindest wissen wir, dass du mit dem Dollar oder dem Euro in der Zukunft nicht mehr so viel kaufen kannst, wie heute oder vor 10 Jahren oder vor 50 Jahren. Wir wissen auch, dass der Wert von Bitcoin und vielen anderen Kryptowährungen über die Zeit immer mehr und mehr gestiegen ist. Und jedes Mal, wenn wir diese Dips hatten, diese Crashs, kam es jedes Mal auch wieder zu einer Erholung. Die Frage ist natürlich wann. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann erkennen wir, dass es immer zu Rücksetzern kam. Und das konnten wir auch im letzten Bullenmarkt sehen, wo es Rücksetzer bis zu 40% gab. Interessanterweise sind diese Rücksetzer alle zu ähnlichen Zeiten geschehen. Und aktuell können wir aufgrund verschiedener Umstände, wie beispielsweise, dass die USA die Bezahlung für die Steuer einen Monat vorverlegt hat. Das könnte unter anderem ein Indikator dafür sein, dass die Crashs, die vorher einen Monat später geschehen sind, jetzt um einen Monat vorverlegt wurden. Letztlich, dass es zu einer Veränderung bei den Dips gekommen ist. Und in der Vergangenheit kam es nach den Dips zu einer längeren Aufwärtsphase von bis zu 80 Tagen. Und wenn du dir diese Grafik anschaust, die weiße Linie ist der Bitcoin-Preis seit dem aktuellen Halving. Und die blaue Linie ist die Entwicklung von Bitcoin nach dem Halving 2016. Was du sehen kannst ist, wir befinden uns auf einer nahezu identischen Entwicklung. Das heißt, sollte es sich so entwickeln, dann könnten wir einen Bitcoin-Preis von 100.000 Dollar pro Bitcoin oder mehr in 2021 sehen. Und ich glaube nicht, dass wir, obwohl es zu diesem Crash kam, wir uns in einem Bärenmarkt befinden. Ich glaube, dass wir irgendwann einen Kryptowinter erleben werden, nur die Frage ist, wann das sein wird. Und viele sprechen darüber, dass sich durch die institutionellen Anleger der Preis für Bitcoin und die anderen Kryptowährungen stabilisieren wird. Doch die Frage ist, wird es das wirklich? Eines ist Fakt und das vergessen viele, der Preis von Bitcoin und von anderen Kryptowährungen wird nicht immer steigen. Und dass wir durchaus in der nächsten Zeit eine turbulente Zeit erleben könnten und nicht wie viele denken, dass es wieder steil bergauf gehen wird. Und eine Sache, die viele vergessen und die gerade im Hintergrund geschieht ist, und davor hat Michael Burry, der die Finanzkrise 2008 schon vorhergesagt hat, im Februar schon gewarnt, Burry hat angegeben, dass sollte es zu einer Inflationskrise kommen, dann wird die Regierung den Wettbewerb zerstören. Und damit meinte er den Wettbewerb zu ihrer Währung. Und da viele Gold oder Bitcoin als Währung ansehen, wird die Regierung definitiv alles tun, um den Wettbewerb vom Dollar zu Gold oder dem Dollar zu Bitcoin zu reduzieren. Und das ist genau das, was wir aktuell auch sehen können. Wir werden mit Fakt, also Angst, Unsicherheit und Zweifel bombardiert, und im Hintergrund bereiten sich die Banken darauf vor, Finanzprodukte in Zusammenhang mit Bitcoin für ihre Kunden vorzubereiten. Fakt ist, durch Bitcoin und Kryptowährungen wurden Milliarden aus dem traditionellen Finanzsystem abgezogen. Was könnte jetzt also passieren? Könnte es zu einer Hyperinflation kommen, wie Michael Burry es ankündigt? Zumindest wird das passieren, wenn die Menschen den Glauben an die Währung und an das Finanzsystem verlieren. Und Michael Burry vergleicht die aktuelle Politik der USA mit der Deutschlands zu Zeiten der Weimarer Republik. Damals haben sie Unmengen an Geld gedruckt, das machen sie auch heute. Sie haben die Steuern erhöht, jetzt wollen sie die Steuern erhöhen und es wurden immer mehr und mehr Staatsanleihen ausgegeben. Das können wir aktuell auch sehen. Eines ist Fakt, diese Sache ist wichtig und davor sollten wir unsere Augen nicht verschließen. Und das sollte uns auch definitiv bewusst sein, was gerade passiert. Bereitest du dich auf eine Inflation vor? Was machst du? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Du siehst, wie der Wert der Währung immer weiter abnimmt. Daher ist die Frage, wo würdest du lieber dein Geld investieren? In Fiat-Geld, das immer weniger wert wird oder in etwas anderes wie beispielsweise Bitcoin, das alle anderen Vermögenswerte übertroffen hat. Und das ist keine Finanzberatung, sondern soll dich zum Nachdenken anregen. Und wenn du dir diese Grafik anschaust, das sind die Bitcoin, die sich aktuell auf den Handelsplattformen befinden. 2,4 Millionen Bitcoin. Dann gibt es 1,7 Millionen Bitcoin, die noch nie bewegt wurden. Etwas über 650.000 Bitcoin, die sich im Grayscale Trust befinden. Denn 200.000 Bitcoin hat die Regierung von Bulgarien beschlagnahmt. Und viele andere verfügen auch über Bitcoin, wie beispielsweise Tesla oder MicroStrategy. Doch die meisten Bitcoin werden von Einzelinvestoren, werden von den Menschen gehalten. Daher wollen große Institutionen durch den FUD, der gerade verbreitet wird, die Leute dazu bringen, dass sie ihre Bitcoin verkaufen. Stell dir einfach vor, du hättest Bitcoin bei 50.000 gekauft, Bitcoin fällt auf 30.000. Und du verkaufst. Und 2, 3, 4, 5 Monate später oder 1, 2 Jahre später steigt Bitcoin dann auf 100.000, 200.000, 500.000. Wie würdest du dich dann fühlen? Und das hier sind die Bitcoin, die noch zum Minen übrig sind. Es gibt nicht mehr als diese Anzahl an Bitcoin. Das heißt, alle anderen Menschen, die nach uns in Bitcoins investieren wollen, werden um diese Anzahl an Bitcoin konkurrieren. Das heißt, Bitcoin wird über die Zeit hinweg immer knapper. Daher werde ich meine Bitcoin auch halten und Fakt ist, wir befinden uns gerade erst am Anfang bei Bitcoin und das konntest du in diesem Video hier sehen. Und da ging es unter anderem um die technologische Entwicklung. Und jede technologische Entwicklung wurde immer schneller angenommen. Wenn du beispielsweise die Dauer der Adoption des Telefons mit dem Internet vergleichst. Und wie du sehen kannst, gibt es immer wieder und wieder eine S-Kurve und das ist genau bei Bitcoin der Fall. Das heißt, die ersten 10% sind die anfänglichen Anwender und wir befinden uns vermutlich gerade erst hier. Wahrscheinlich irgendwo zwischen 10 und 25%. Das heißt, viele denken gerade, dass es zu spät ist, in Bitcoins zu investieren. Doch sie verstehen nicht, wie die technologische Entwicklung funktioniert. Das richtige Wachstum findet zwischen diesem Punkt hier statt und diesem. Und das ist keine Empfehlung, dass du jetzt Bitcoins kaufen solltest. Diese Entscheidung musst du selber treffen. Letztlich kannst du hier sehen, wie sich das Wachstum der Geldmenge M2 im Verhältnis zur Inflation entwickelt hat. Die Menge der Dollar, die seit der Krise im Jahr 2020 im Umlauf sind, ist um 25% gestiegen. In einem Jahr. Und das wird dazu führen, dass das Geld immer weniger und weniger wert wird. Daher ist es wichtig, dir Gedanken darüber zu machen, was auf uns zukommt und wo du dein Geld investieren kannst. Und auch wenn wir gerade diesen Bitcoin Crash gesehen haben und dieser vermutlich noch nicht vorbei ist, gibt es nicht viele Möglichkeiten, wo du dein Geld investieren kannst, außer in echte Vermögenswerte. Und wenn du dir die Menge an Bitcoin ansiehst, die noch zu meinen übrig sind, dann ist es ein No-Brainer, etwas Geld in Bitcoins zu investieren oder in andere Vermögenswerte, wie beispielsweise in Gold oder in etwas anderes, das knapp ist. Was ist deine Meinung dazu? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare und gib dem Video, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen hoch, teile das Video und schau dir die Bitcoin-Playlist an. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich.